Yo Leute, was geht euer nächstes wieder am Start mit einem neunten Video auf meinem Kanal und zwar ist es wieder mal soweit, eine Road to Zero Challenge Video ist am Start Leute wie ihr sehen könnt, hier habe ich als Primärwaffe habe ich die VMP eingepackt wie immer mit Schaft, glaube ich, Schaft, Griff und Magazinerweiterung als Freaks haben wir diesmal Geist, Raps und Kr-Einheit mit als Perks haben wir flinke Hände, glaube ich, ballert Strahldämpfer und Nachbrenner hier war da noch was Totenstille, ich glaube auch Totenstille war dabei, Leute ja, ob ich die Nuke hier in dieser Runde noch dazu schaffe obwohl ich die Streaks nicht dazu angepasst habe müsste ich zum Ende schauen, ob ich die schaffe oder nicht auf jeden Fall war das wieder eine richtig nice Runde von mir ich weiß schon, diese Woche boah, das ist ungelogen, ich sehe jetzt nicht die Road to Zero Runden wo ich bis zu 25 Kills mache 25 zu 0 alles was drüber ist, das zählt zu Road to Zero mit das heißt, boah, habe ich schon 8 Runden in dieser Woche schon zu 0 gespielt oder zu 1, was über 25 Kills ist das ist schon nice von mir auf jeden Fall ich glaube, es werden noch ein, zwei weitere Videos kommen ich habe schon zwei aufgenommen und sind dann nochmal zwei Videos kommen wo ich die Road to Zero Challenge machen werde auf jeden Fall war es das wieder schon mal von meinem Video ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir wieder zuzuhören und zuzuschauen auch mit meinen Sprachfehlern werden Niemals nachgeben bis zu diesem plânt bei bei des Спасибо Video Die werden niemals nachgeben.